Ein sympathischer Rundgang Hey! Grüß dich all den Tschüss. Die Grüß dich um. Grüß! Vos meinen Kollegen, die in dem... ...schönen Teiss kochen ihn heute. Igor heisst er eigentlich... Ich ich nicht Georg, nicht Gora. Eben! 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 Igor dann mit den schönen Platz... Ein schönen Platz! Lieber Grüß! Willkommen in der Dschungel!